Die Bibel in Kurzform. Lass die Propheten reden. Gott hat kein Problem mehr mit Sünde. Gott schuf die Menschen und gab ihnen Anweisungen, wie sie leben sollten. Und sein Volk Israel liebte die Sünde immer wieder mehr als Gott. Und Gott sagte Propheten, um sie zu warnen. Doch die Menschen machten sich lustig darüber und sagten, ach, es passiert ja doch nichts, wir können weiter sündigen. Gott hat kein Problem mehr mit unserer Sünde. Nachdem Gott sie immer wieder warnte, brachte Gott das Volk Israel für lange Zeit in Gefangenschaft. Und dann jammerte das Volk, und Gott hat sich erbarmt und sie wieder in Freiheit gebracht. Doch kaum waren sie in Freiheit, zogen sie die Sünde Gott vor, sodass Gott wieder durch Propheten warnte. Das wiederholte sich immer und immer wieder. Zum Schluss sandte Gott seinen Sohn, um die Menschen zu warnen und von Gottes Reich zu verkündigen. Heute haben wir Kirchen und Gemeinden, und auch sie lieben die Sünde mehr als Gott. Und Gott warnt uns jeden Tag durch sein Wort, dass wir heilig leben sollen und die Sünde hassen sollen. Doch die Menschen, die Kirchen und Gemeinden, leben nicht nach Gottes Ordnung, entehren Gott, leben in Weltliebe wie die Welt. Gott ist langsam zum Zorn, deshalb denken die Menschen, dass Gott scheinbar mit Sünde kein Problem mehr hat. Die Christen ignorieren Gottes Wort, picken sich das heraus, was sie hören wollen. Jesus hat die Menschen gewarnt, dass die Hölle real ist für alle, die nicht nach Gottes Willen leben. Doch auch auf der Zielgerade in die Hölle, sagen die Christen, lass die Bibel, wir brauchen sie nicht mehr lesen, denn Gott hat scheinbar kein Problem mehr mit Sünde. Amen. Amen. Amen.